Der offizielle YouTube-Kanal des FC Hansa Rostock. Von Fans für Fans. So meine lieben Schnackwürfel, endlich mal hier am Strand, nicht vor dem Ostseestadion. Liebe Grüße vom Coach. Hallo, grüßt euch die Schnackwürfel-Truppe dort und wir hoffen, dass ihr alle am Wochenende ins Stadion kommt. Ich träume von 10.000 Zuschauern gegen den VfB Stuttgart 2 und natürlich auf einen Heimsieg für unseren FC Hansa Rostock. Mein Lieblings ist ja Schnackwürfel Folge 8 oder so. Der eine Typ da drin sitzt, den ich gerne zitieren würde mit Einmal ins Stadion gehen, mal die ganzen fünf beschreibenden Kinder vergessen zu Hause, die ganzen Leute und immer mal die keifende Ehefrau vergessen. Das war übrigens der Beste, der jemals im Schnackwürfel damals saß. Also Leute, kommt hin, Zacher, Materia, Schnackwürfel, Hansa, supported, Hansa TV und wir sehen uns im Stadion. Vielen Dank.